oh warte das will ich gucken die ist dumm das ist das letzte das letzte video ehrlich oh äh ja moin moin meine aktiven freunde und herzlich willkommen sieht man das ja 4,50 Euro für die Rotrein Flasche sie denkt er war toll was sie denkt er war billig ich hab sie in der Tasche dachte ich immer in der Tasche ich war so Klimawandel wie stehst du dazu ja heute ist warm und gestern war kalt das heißt für dich Klimawandel ja kalt warm moin moin wir sind hier auf Crack mit den Jungs und der Adam der hat richtig geile Nudeln hier das Essen sieht aber auch ziemlich lecker aus der Typ den kenne ich sogar der hat mal ein TikTok gemacht in Koblenz in der Innenstadt der kommt irgendwo hierher ich glaube der Kerl der wohnt irgendwo in meiner Umgebung irgendwo um Koblenz rum ich weiß nur nicht genau wo sieht aber auch ziemlich lecker aus lass mir den Tee kenne du blöd Mann bist du schon in Deutschland? seit 7.219 neu erster nein halb drei ehrenlos der arme wollte sagen 2019 aber halb drei verstehe ich nicht 19 neu erster äh äh nein ähm halb drei halb drei ja hallo Mesudabi erremlos gut zum Geburtstag mein Geschenk hast du bekommen die Nummer 10 Arme Anakoyen alles bedruckbar Mannschaft kann ich vielleicht äh würde ich würde ich vielleicht eins äh eins mitnehmen würde ich für für Trimax vielleicht mitnehmen für Trimax dann kann der ein bisschen üben da freust du dich da geb ich dir aber ein aktuelleres Set mit ne das braucht er gar nicht das ist zu schwer bro uff jetzt wo Trimax äh Craft Attack wieder spielt ist halt kritisch ne ich muss ich muss kämpfen ich muss interessiert mich nie jeder ein eurer Mensch kommt denn hier rein ich muss ich muss immer kurz durch Toilette ich mach hier essen ich mach hier essen das ist doch schön ich bin die Teilhunde ja und es ist jetzt noch recht man muss ehrlich sagen klar die kann halt knallen ne die kann knallen 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 na klar die kann knallen und dann läuft er uns plötzlich über den Weg Zeus der größte Hund der Welt so gigantisch dass er sein Wasser nicht aus seiner Schüssel sondern direkt aus dem Wasserhahn trinkt leben so Hunde lange? so Hunde leben aber nicht lang oder? wenn sie ein Tier das Stacheln hat Igel ähm ein Stachelbeer Die Du hast Hunger? Machst Du Bock aufs Tablisch? ja aber wo ist hier ein Sauna Club weiter? tiefer gefallen als die Verkaufszahlen von Flair Wie soll ich denn bitte Kraft aufbauen, wenn ich beim Andrücken die Luft rauslasse? Ein Kraftsportler muss in die Pressatmung und für die allen kleinen ... jetzt würde er sagen, die sind nicht gesund. Wir machen nicht den Sport, weil wir gesund werden wollen, sondern weil wir Muskeln haben wollen. Das ist ein Unterschied. Wenn ich mache Gesundheitssport, da gehe ich dann in ein Studio, wo Reha ist und ein bisschen schwimme, oder ich mache Kraftsport. Und dann seid ihr hier richtig. Ich kenne den Kerl nicht, aber der wirkt genauso wie mein ehemaliger Sportlehrer. Der hat genau so geredet. Alle anderen bitte auf den Reha-Kanal gehen. Da könnt ihr lernen, wie ihr gesund atmet. Genau so war mein Sportlehrer damals. Nur nicht so breit. Dass Yin und Yang ins Gleichgewicht bekommt und wie er eine vegane Ernährung berechnet. Dann kommt diese Pizza raus durch 8 bis 8. Das ist die. Doch, das ist ein bekannter Physiker. Er heißt Sims Army. Johnny. Hat er was mit Digitalisierung? Er hat Digitalisierung erfunden. Quatsch. Bist du schon mal fremdgegangen? Ja. Wollen die Ansage von mir davor, gell? Warum? Weil, guck mal, wenn man Alkohol trinkt, man... Alter, die alte regt mich so auf. Die alte regt mich so auf. Die ist überall auf TikTok. Überall. Baba Locken. Baba La Costa Anzug. Ist nicht mehr auf seinen Kopf. Ausreden. Aber wenn der eine umkicken würde... Alter, die fuckt mich so ab, gell? Also, ich bin jetzt kurz auf K. Telefon. Äh, Jungs? Jungs? Das war die Polizei. Ich muss in den Knast. Wir machen weiter. Ups. Ist mir runtergefallen. Raktor hält das Ganze. Aber das ist immer ehrlich. Das würdest du denn daten? Ich stehe auf größere und ältere. Was? Warte, warte. Okay, gut. Das ist... Je nach deinem... Was will er machen? Dein Geschmack, also... Jeder steht auf jeden was anderes. Warum? Sei doch leid. Du, also, wenn ich dich ansehen würde, also, du wärst auch vielleicht nicht mein Typ, ja? Was soll ich sagen? Ja, sicher. Bevor du nächstes Mal schießt, spiel Querpass. Ich knall den oben rechts oder oben links. Danach treffen wir beide uns wieder hier. Machen einen stabilen Jubel. Vielleicht paar Fortnite-Tänze. Was sagst du? Okay, so... But what about this halt? What about when we... Wieso Englisch? Links, rechts. Also, ich spiele den... Einfach einen Querpass. Und du machst ihn rein. Ein, einfach so. Ja, dicker, wie bei Inter. Du bist für ein ziemlich kraft. Ja. Nicht funny. Ja? Also muss ich nicht mal schießen, ja? Ja, Mann. Okay, nice. Aber du bist safe da dann, ja? Wenn ich querpass bin. Ja, Mann. Schieß einfach so nicht. Die deutschen Ämter sind wirklich lustig. Man braucht irgendwas von einem Amt. 80 Wochen Wartezeit. Das Amt will was von dir. Nach einem Tag Mahnung. Nach zwei Tagen Mahnung zwei. Nach drei Tagen Gerichtsvollzieher. Nach vier Tagen hast du fünf Sterne wie bei GTA. Und das SEK stürmt deine Wohnung. Ja. Stimmt halt, ne? Hey, ich will auch so ein Alien. Ich will auch so eins haben. Hey, was ist das immer für eine Musik bei dem? Was ist denn das für ein Müll? Zwei, zwei, eins, komm. Hey, Tom. Was machst du da mit dem Rumpen sind, Alter? Alter, was ist denn Stuhl? Hast du da mit uns normal eigentlich? Alter, ich hab die Drogen dabei. Willst du nach dem Rumpen ist? Alles gut bei dir. Na, ich hab den Kurs. Bruder. Die Brennnessel gilt in Deutschland als Unkraut. Jedoch ist das nicht fair. Denn aus Brennnesselbrettern Ach, warte, wir müssen warten. Weil die Nachricht bleibt sehr lange stehen. Blättern kann man einen heilbaren Tee zaubern. Dafür muss man jedoch die jungen Blätter weiter oben nehmen. Denn die älteren Blätter weiter unten haben gewisse Bitterstoffe. So, im Deutsch. Mhm. Vier Minus. Deutsch. Vier Minus. Immanuel Deutsch. Guck mal, Papa. Du hier geboren. Meine Deutsch ist besser als deine. Was? Deutschkurs. Ich hab gemacht, ich hab ein Eins. Du hier vier Deutsch. Hier geboren. Ja. Wieso? Ich hab dir hier gebraucht. In Mathematik. Ja. Eine Fünf. Fünf. Das heißt Fünf. Mit Ö. Ich bin nicht Mathematis. Ja, Mathematik. Was willst du in der Zukunft? Später. Ich mach nichts mit Mathe. Deine Zukunft. Doktor. Hägi. Du brauchst Mathematis. Guck mal, Papa. Man kann's mir auch nicht sagen. Was? Biology. Wir werden jetzt weitergucken. Und zwar hat auch sehr viele Baustellen. Baustellen. Physik. Du arbeitest, du willst Zukunft deiner Baustelle. Bro. Ey, der Typ müsste mal Videos machen. Ich feier das. Baustellen. Nein. Das prickelt doch gar nicht. In dem Sinne würde ich einfach mal... Zum Glück sind wir damit fertig, ey. Okay, let's go. Genau. Okay.